Sehr geehrte Zuseher des Deutschlandkuriers, nach Annalena Baerbock, Ralf Stegner und Susanne Henning-Welsow habe ich mir jetzt Johannes Kahrs vorgeknüpft. Während die ersten drei Aktionen sehr spontan organisiert waren, ist der Neuesten eine mehrwöchige Recherche vorausgegangen, was sich ausgezahlt hat. Zur Person Johannes Kahrs, der SPD-Bundestagsabgeordnete, ist einer der ersten, wenn es darum geht, die AfD als parlamentarische Opposition verbieten zu wollen. Kahrs selbst ist eine sehr zwiedichtige Gestalt, der immer wieder auch eine gewisse Nähe zur Pädophilie nachgesagt wurde. So deckte er Sebastian die Date in dessen Untersuchungsausschuss und bezeichnete ihn trotz der erdrückenden Pädophilie-Beweislast weiterhin als feinen Kerl und litt bei Nachfragen plötzlich an Gedächtnisverlust. Zudem folgte Kahrs auf Twitter-Accounts, die mutmaßlich nackte, minderjährige Buben mit irrigiertem Geschlechtsteil zeigten. Sein sonderbares Verhalten ging sogar so weit, dass Kahrs laut FAZ-Recherchen 15-16-jährige Jusos aus Hamburg nach Berlin gelotst, mit Alkohol abgefüllt und im Anschluss in seiner Privatwohnung schlafen hat lassen. Offenbar geht es Kahrs dabei nicht nur um körperliche Begierden, sondern mehr noch um den Aufbau einer kernloyalen Anhängerschaft, die ihm alles aus der Hand frisst. Und wer nicht spurt, wird von Kahrs mit nächtlichem Telefon-Terror traktiert. Das ist das System Johannes Kahrs. Ich habe also begonnen zu recherchieren und bin im Zuge dessen auch an den Kontakt eines Mitglieds von Johannes Kahrs Studentenverbindung Hamburger Wingolf gekommen. Dieser Kontakt hat längst keine Sympathien mehr für den möchtigen Gangster Kahrs und war daher ziemlich redefreudig. Im Gespräch berichtete er mir von einem elitären, überparteilichen, informellen, homosexuellen Ring in Hamburg, zu dem auch Johannes Kahrs gehört. Die Mitglieder dieses Rings sollen sich seit jeher untereinander Vorteile verschaffen, sowie legale, semilegale und auch illegale Gefallen tun. Und wie mächtig diese elitäre Homomafia wirklich ist, bezeugt seine hochkarätige Anhängerschaft. Laut meiner Quelle soll dazu etwa der ehemalige Hamburger Bürgermeister Ole von Beust von der CDU gehören, welcher rein zufällig Johannes Kahrs auch als Rechtsanwalt zur Seite steht. Ziemlich merkwürdig, jemanden von der politischen Opposition als Rechtsanwalt anzustellen oder nicht. Weiterhin der Vorsitzende der CDU Hamburg, Roland Heinzel und auch ein gewisser Holger Herendl. Beide sind mit Johannes Kahrs in der gleichen Studentenverbindung. Meine Quelle berichtete mir nun, dass es ein sehr interessantes, offenes Geheimnis im Hamburger Windgolf gäbe, und zwar, dass Holger Herendl Kahrs illegalerweise sein erstes juristisches Staatsexamen geschrieben haben soll. Da man ein juristisches Staatsexamen, anders als zum Beispiel eine Doktorarbeit, im Hörsaal und nicht daheim schreibt, bedeutet das, dass Herendl Kahrs nicht nur geholfen hat, sondern mit dem Ausweis von Kahrs in den Hörsaal reingegangen sein soll, um ihm das komplette erste Staatsexamen zu schreiben. Wenn sich das bewahrheiten sollte, würde das bedeuten, dass Kahrs gesamte politische Karriere auf einem handfesten Betrug aufgebaut wäre. Im Übrigen soll Kahrs dann niemanden mehr gefunden haben, der ihm das zweite Staatsexamen schreibt, weshalb er es bis heute nicht abgelegt hat und damit auch kein ausgebildeter Anwalt ist. Soviel zur Vorgeschichte, jetzt zum Scherzanruf. Da ich die private Telefonnummer von Johannes Kahrs habe, kam mir also die Idee, ihm ein Geständnis zu diesem mutmaßlichen Betrug zu entlocken. Vor zwei Monaten hatte ich bereits bei Kahrs für einen Telefonscherz angerufen und dabei gemerkt, dass er anders als Ralf Stegner extrem vorsichtig ist, wenn es um den Austausch privater Informationen am Telefon geht, selbst unter angeblich engen Freunden. Er ist eben ein absoluter Politprofi, der genau weiß, wie er die Spuren seiner Taten stets verwischt hält. Daher musste ich einen Weg finden, es in einer anderen Art und Weise aufzuziehen, bei der Kahrs keinen Verdacht schöpft. Mir war klar, dass er über ein solch sensibles Thema, welches seinen politischen Kopf kosten könnte, niemals offen am Telefon kommunizieren würde. Ich musste ihn also dazu bringen, seinen mutmaßlichen Betrug indirekt einzugestehen. Wichtig war mir dabei, dass sein indirektes Eingeständnis keinerlei Interpretationsspielraum offen lässt, der es ihm erlauben würde, sich danach einfach wieder herauszuwenden. Und das ist mir zum Glück auch gelungen. Kass? Moin Johannes, hier ist Bundesbruder Holger Erendel. Grüß dich. Hoi, Holger! Hallo, grüß dich. Du, ein Monitorjournalist, Schlüffel. Wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Und dir? Blendend. Freut mich. Ja, du, ein Monitorjournalist schnüffelt gerade wegen der Sache mit dem Staatsexamen bei mir rum. Ich sag dir jetzt am Telefon mal nichts Näheres zu. Ich hab ihm bereits zurückgeschrieben, dass das natürlich nicht zutrifft, nur damit du Bescheid weißt und darauf entsprechend reagieren kannst, wenn sie dich persönlich konfrontieren sollten, weil damit natürlich auch meine Karriere ein Stück weit zusammenhängt. Ja, klar. So, man kann dir sagen. Ist dieses indirekte Eingeständnis jetzt juristisch hieb- und stichfest genug, um Kass des Betrugs zu überführen? Das mit Sicherheit noch nicht. Aber, und das ist das Entscheidende, es lässt mit Kenntnis der Hintergrundgeschichte keinerlei Interpretationsspielraum zu. Das heißt, investigative Journalisten können jetzt die Handschrift von Kass mit derjenigen des archivierten Staatsexamens vergleichen und der endgültige Beweis ist geliefert. Ich muss Sie leider enttäuschen, hier ist nicht Holger Arende, sondern Clemens Kilitsch, ein YouTuber. Sie haben gerade zugegeben, Ihr Staatsexamen nicht selbst geschrieben zu haben. Freunden Sie sich schon auf Ihren politischen Ruhestand, Herr Kass. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020